jo leute was geht ab und damit ein herzliches willkommen zu einer neuen fifa 17 squad builder challenge und zwar dreht es sich heute darum wie ihr ein 25k pack für gerade mal unter 9000 coins bekommen können und zwar geht ihr hier auf die russische liga und auf lokomotive moskau und für diese challenge brauchen wir elf spieler von lokomotive moskau ein rating von 75 95 chemie und elf spieler im team die spiele waren an sich ganz billig halt außer die non real spieler die meisten die sind sehr krass angestiegen aber hier im team war eigentlich keiner der richtig viel wert weil hinter die non real spieler auf meistens 800 oder 1k oder so hoch gegangen und natürlich ist das hier die billigste variante die möglich ist ich glaube am ende habe ich 8400 coins bezahlt ich habe jetzt hier noch den linksten willfeld in den sturm gepackt damit es halt so billig wie möglich ist dann würde ich sagen holen wir es jetzt hier unseren preis ab wir bekommen hier für diese squad builder challenge ein 25k pack und 1000 coins ich werde jetzt das pack nicht ziehen weil ja am wochenende kann man ja alle team of the year spieler ziehen und dazu wollte ich halt ein großes pack opening machen und ich hoffe dass ihr das verstehen könnt und deswegen werde ich jetzt nicht dieses pack ziehen ich hoffe trotzdem dass ich euch mit dieser squad builder challenge weiterhelfen konnte wenn ja könnt ihr gerne mal ein like da lassen würde mich sehr freuen und ja wenn ihr neu auf meinem kanal seht könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren ich sagen sehen wir uns dann im nächsten video haut rein leute und ciao